hallo willkommen bei janni spielt heute wieder landmark und zwar habe ich noch ein bisschen fleißig weiter gesammelt also ich habe jetzt massen an material wirklich und dachte mir ich baue mal besseres werkzeug durch doch bessere maschinen erst mal werkzeug und zwar habe ich festgestellt dass man überhaupt keine ethereum pickaxe bauen kann zum mitgelistens höchst um dann werde ich das jetzt mal tun beierst zieh ich meinen super duperring an der meine qualität erhöht und im Trank hatte ich doch auch nicht radius was nicht discovery das trinke ich mal und jetzt baue ich mir eine mit relaxt ich gucken was dabei rauskommt und tada wow also 200 damage ist schon gut aber 53 speed ist nicht so schön mache ich mir gleich noch ein paar ingots bei einem versuch lasse ich es natürlich nicht das geht besser glaube ich hoffe ich das ist schon nachher die normale wie es dazu gab zum pick die hat 102 speed es ist schon gewaltiges doppelt so schnell gewaltiger unterschied das merkt man schon beim abbauen bisschen schneller geht es bestimmt gleich mal schauen mit den artefakten die ich gefunden habe in diesem erdhaufen damit kann man das auch noch ein bisschen pushen das geht an der verfeinerungsstation dann muss ich eh gleich hin in dem holz guck ich mal dass ich da besseres hinbekommen das holzfrostet okay in der axt andererseits kann ich mir ätherium basteln auch ich steine aufgefunden auch frostet und ätherium und hg 15 schön zahl ich sag ich habe gesammelt unendlich nicht mal angefangen hab kann ich mich noch aufhören das ist so entspannt Einfach so vor sich hin zu hämmern. Dann quäbt mir die Grafik immer noch ziemlich gut. Ein ganz Edelstein hat das Pukel zu schön. Dann muss ich einfach weitermachen. Jetzt hab ich jetzt auch sehr, sehr viel Material. Also Steine war voll. Manchmal kann ich gar nicht erkennen die Zahl. 900.000? Oh, das ist nicht wenig. Frosted Hardwood. Okay. Mal zur Verfeindungsstation. Ich hab hier einen Keller gestellt. Da. Das war das Holz. Infused Hardwood. Frosted. Das hat keinen Grund mehr. Stückzahl 55. Mach ich jetzt einfach mal so. Und dann da. Relikte. Habe ich keins gefunden. Hm. Okay. Stell ich mal die wieder her, die ich gefunden habe. Schauen, was ich damit anfangen kann. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Kann irgendeinen bestimmten Wert verbessern. So viel weiß ich. So. Das war das Hardwood. Muss ich mal so viel ich kann. Nämlich alle. Ja, ich habe noch mal so viel. Ich weiß es nicht. Wissen wir warum ich davon keins gefunden hab. Nie weil es vier, also kann ich nur zwei machen. Ich brauche mich auch nicht zu von mir. Mipole 3. kann ich eins machen was auch immer das ist dann kann man ein sehr gutes Item noch besser machen, das ist toll sowas hätte ich erstmal kann man zu Legendary machen ja ich möchte mich verzetteln und unsere ersten Epic-Acts und drehen das ist jetzt super ganz toll jedenfalls, aber grün ist nicht gut ach, soll ich noch eins machen? das sind nur so viel Material jetzt mach ich erstmal die Axt zu der mir noch was fehlt das hab ich das hab ich ach, Mondstall fehlt mir ein bisschen das ist ärgerlich keine Axt das hab ich doch noch nicht genug gesammelt das sieht man mal also, noch ein Versuch Daumen drücken jo 59 Speed 167 Size das ist jetzt klein das war 208 der mit 200 ich glaub, da würde ich die hier nehmen die einfach mal hier auf Upgrade versuchen besser zu machen ja die ist ja super super duper nehm ich das mal hier nein das mal hier ja ach Gott was bringt mir das dann? kein Plan, aber ich brauch dazu auch noch Material gucken, ob ich das hier reinpacken kann gucken, ob ich das hier reinpacken kann gucken, ob ich das hier reinpacken kann so, jetzt machen wir das mal ein bisschen schneller 76 ist, glaub ich, ganz okay glaub ich 52 52 52 mit ah total viele, viele grafen dauert natürlich immer ein bisschen ja das das zeigt er mir nicht an das Tooltyps sind toll ja zum Brichers na mal gucken, was dabei rauskommt ich weiß es nicht ach, jene oh, dass wir den Mondstein ärgert mich jetzt das war noch nicht 3 3 4 ist irgendwie ich empfinde ich jetzt habe ich eine blaue könnte ich denn aus der blauen jetzt ein rot machen tatsächlich ganz so fehlen hier immer noch ingots und noch hier wollte es nicht das machen nehmen sich das ach ich glaube schon noch mehr ingots holz k k k k k k zu machen sein und dann habe ich wahrscheinlich eine rote, zacke, sehr mysteriös alles, stimmt finde ich auch noch ein paar Mondsteine, dann kann ich mir eine tolle Axt machen, so, jetzt brauche ich noch viermal Holz, Frosted Hardwood, ach nein, das ist nicht falsch, übereifriga Biene, Frosted, da habe ich vier, da habe ich elf, was muss man da sagen? Tja, ich dachte, ich hätte so viel gesammelt, da geht immer noch mehr. Ah, das war der Weg, toll, das ist ein blauer, das da rein und, ah gut, tadaa, natürlich auch gleich anziehen. So, mehr geht auch, glaube ich nicht, im April, 3 und 3, ich kann nicht probieren, da steht jetzt 3 von 3, ich habe jetzt alles in die Schnelligkeit konnotiert, jetzt auch hier was rein tun, oder da oder das ist, glaube ich, gut genug. Gleich mal was probieren, super duper, zacke. Na, das ist auf jeden Fall schon viel besser als vorher. Das ist natürlich auch die Größe nicht schlecht, ich brauche zweimal zu und dann ist die eine Ader abgebaut, wenn es eine kleine Ader ist. Das lohnt sich schon. Sehr schön, wenn ich jetzt etwas zustande brauche. Und dann habe ich mir überlegt, ich will erstmal eine Terrasse bauen, hier vor die Eingangstür. Ich brauche schon ein Dach, wenn es eine Terrasse hat. Wie geht es hier zu? Jetzt packe ich das hier mal ein. Okay, jetzt zieht die Terrasse bei ruhig aus Holz. Holz. Ah, das ist ganz anblicklich durch. Stripped. Gut. Das sieht gut. Wie das aussieht, das habe ich, glaube ich, innen. Und das hier probieren. Meine Bautools. Ich denke ich werde das auf der Höhe machen, der jetzt auch diese Stuche hier ist. Wie sieht das aus? Was ist das mal? Was ist das hier? Da ist er. Ach, das ist aber auch ein Gebefummeln. Diagonal. Wie sieht es auch dunkel aus? Wie sieht das aus? Aber hier genau. Fertig auch dunkel. Oh. Seidus da. Oh, ich will doch bitte nie bleiben. Das gleiche wie innen wollte ich jetzt aber nicht. Das sieht aus. Das ist für eine Terrasse eigentlich auch okay. Was ist der Unterschied zu dem? Zu dem? Aber das ist ein Dachteil, okay. Den Unterschied sehe ich. Ich sage das hier vielleicht. Sehr holzig. Ich probiere es mal, ich kann es ja immer noch ändern. Wenn man doch irgendwann nicht mehr gefällt. Natürlich nicht ganz ebenerdig. Weil der Boden nicht gerade ist. Ich bin schon auch. Ich bin ja sicher. Ich bin schon immer noch. Ich bin ja sicher. Ich bin ja sicher, dass ich die Achtung schweig. Ich bin ja jetzt aus. Ich bin ja einfach so. Ich bin ja sicher. Ich bin ja dafür. Und ich bin ja so. Das ist jetzt der Hauswand, denke ich mal. Die Erde muss ich abtragen. Mit meinem Glück hoch. Bis zu Hause, denke ich. Nicht zu weit. Bis wieder Reparieren. Bis jetzt, passt das? Noch eins, glaube ich, oder? Lass mal so. Traurig jetzt die Wand nicht abmachen. Gut. Passt. Wächst Gras in meine Terrasse. Ja. Ich wohne unten das Gras wegmachen müssen. Zum abhaben. Ist jetzt vielleicht auch nicht so schön. Ich will es ein bisschen stufig machen. Ob nicht der Burner, aber auch. Dann fielen. Da ist es okay, schhh. есch. Ja, das ist okay. Es schaut mal, schütt. Es ist okay. Es ist okay... Und auf der Seite auch. Vielleicht fällt mir dazu auch noch eine bessere Lösung ein, jetzt als diese komischen Stufen. Nicht schön, aber selten. Und dem Gras muss ich mir auch was überlegen. Das fehlt mir so auch nicht. Und das hinten drunter machen. Das Erdiges. Das Erdiges, das kein Gras ist. Einfach hinten Erde. Wie kriege ich das da drunter? Wie gesagt, drunter klatschen. Das tut sich was da drin. Könnte ich jetzt aber nicht sagen, dass das Gras hier ein Gewinn mehr wird. Ja, dann muss ich einfach oben nochmal was abtragen und... Ach, das mach ich gleich. Wieder weg. Und dafür Erde hin. Das war dann wohl das falsche Material. Was ist das? Schmutz. Schmutz geht gut. Das reicht aber nicht. Da wächst immer noch Gras. Ich will kein Gras. Jetzt ist es weg. Wow. Die Pipette. Keine Pipette. Okay. Okay, ich markiere es erst. Das ist auch manchmal kompliziert. Von da nach da. Ich bin heute nicht so geschickt, glaube ich. Jetzt habe ich die Pipette. Alt. Das war... Einfügen. So. Meine Güte. Das war eine Geburt. Hey. Terrasse ohne Gras. Geht doch. Ja. Das ist jetzt nicht so hübsch. Das würde ich gerne wegmachen. Das war auch. Abschluss machen. Ja. Das sieht man auch ein bisschen schlecht. Genau. Und ich da noch eine kleine Brüstung hin. Den Konflikt kommt mit dem Fenster. Boom. Jetzt würde ich sie einfach ein bisschen länger machen. Die Terrasse klein. Genies Stück. Ja. Das überlege ich mir noch. Auf jeden Fall habe ich irgendwas gebaut. Ein kleines Stückchen. Ja. Ich denke, es ist hübsch. Ich ein Stück nach vorne ziehe noch. Drei, viele Voxel. Große Terrasse schariert ja auch nicht. Bei der Aussicht. Aber das mache ich beim nächsten Mal. Sonst wird die Folge wieder zu lang. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bald. Ciao. 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 Ciao.